Acquired Place Day One ist ein Prequel zu den beliebten Acquired Place Filmen, bei denen bisher die Familie Abbott im Mittelpunkt stand. Wie der Titel schon vermuten lässt, geht es in diesem Film um Tag 1 des Angriffs der außerirdischen Kreaturen, die zwar blind sind, aber extrem empfindlich auf Geräusche reagieren. Jeder Ton kann ein Todesurteil sein und so folgt die Handlung diesmal einem Duo, das wie alle anderen Menschen im Chaos von New York verzweifelt ums Überleben kämpft. Paramount Pictures veröffentlicht Acquired Place Tag 1 am 10. Oktober 2024 in Deutschland im Heimkino. Neben den Standardvarianten werden auch noch zwei Steelbook-Varianten veröffentlicht. Cover-Variante A ist hier bei Amazon exklusiv, Cover-Variante B liegt mir jetzt hier vor und was diese Steelbook-Veröffentlichung so alles zu bieten hat, das gucken wir uns heute einmal genauer an. Dann haben wir das Steelbook jetzt unfoliert vor uns liegen. Wie wir sehen können, kommt das Ganze mit einer C-Card daher. Oben bekommen wir den Hinweis, dass es sich um eine 4K Ultra HD plus Blu-ray Steelbook-Veröffentlichung handelt. Unten haben wir noch die Freigabe, freigegeben ab 16 Jahren und den Titel draufstehen gehabt. Auf der Rückseite haben wir wie immer eine Inhaltsangabe, ein paar Szenenfotos, das Bonusmaterial aufgelistet, die Credits und darunter dann die technische Ausstattung der einzelnen Disks. Da das Steelbook selbst sehr glänzend ist, habe ich euren Rat mal befolgt und mir ein paar Handschuhe angezogen. Ich muss mir da noch ein paar bessere, hochwertigere Handschuhe besorgen wie ein Butler, also nicht wie Gerard, sondern Jeffrey von Prinz von Bel-Air. Und dann habe ich einen Zahnstocher zur Hilfe genommen, um die C-Card hier zu entfernen, denn die war leider mit Klebepunkten angebracht. Also da kann man in Zukunft bitte darauf verzichten. Das Steelbook selbst ist wie gesagt sehr hochglänzend, das gefällt mir gut und hier das vordere Motiv, das sieht eigentlich recht cool aus, würde sich aber besser eignen für ein Panoramabild, wenn wir uns dann auch die Rückseite dazu ansehen. Denn ansonsten bleibt hier sehr viel Fläche frei vom Steelbook, das ist natürlich sehr schade. Wir haben am Spine nochmal den Titel selbst draufstehen, das ist in Ordnung. Und auf der Rückseite geht dieses Motiv, das so aufgebaut ist wie eine Audio-Waveform, weiter. Und ihr seht es, dass hier links auch sehr viel Platz ist und auf der Vorderseite ist halt rechts sehr viel Platz, das ist halt sehr schade. Wie gesagt, dieses Motiv würde sich super für ein Panoramabild an der Wand eignen, aber für ein Steelbook ist es leider weniger geeignet, vor allem weil es dann auch noch unterbrochen wird durch den Spine. Also da wäre definitiv mehr drin gewesen, der Film gibt ja so einiges an coolen Motiven her. Dann haben wir hier die 4K Ultra HD Scheibe, da ist auch das Bonusmaterial mit drauf, wie wir lesen können, der Film und die Special Features. Und genauso verhält es sich dann bei der Blu-ray. Der Innenprint, der ist leider auch nichts weltbewegendes. Hier haben wir sozusagen Cover-Motiv A, da haben wir fast dasselbe Motiv nochmal drin, außer dass wir hier noch die Freiheitsstatue sehen, ein paar Hubschrauber und wie die Aliens von oben runterkommen. Also soviel einmal zum Steelbook selbst, dann können wir uns noch das Discmenü, das Bonusmaterial angucken und sprechen dann noch etwas über Bild und Ton. Also meine lieben Filmfreunde, dann gucken wir uns mal das Discmenü an. Wir haben zum einen eine Kapitelauswahl, dann die Möglichkeit zwischen sehr vielen Tonspuren auszuwählen. Die deutsche Tonspur liegt in Dolby Digital 5.1 vor, kann sich definitiv hören lassen in den ruhigen Szenen. Da kommt es ja vor allem auf die Nebengeräusche drauf an und das klingt hier schon mal richtig gut. Auch wenn leise gesprochen oder geflüstert wird, das passt auf jeden Fall. Und wenn dann diese Aliens angreifen, ja dann geht es richtig ab. Dann kracht der Ton hier gewaltig und der Bass kommt auch schön zum Einsatz. Noch besser hört sich natürlich dann die englische Original-Tonspur in Dolby Atmos an. Aber wie gesagt, die deutsche Tonspur, die klingt schon mal hier richtig gut. Dann haben wir die Möglichkeit zwischen den verschiedenen Extras noch auszuwählen. Im Bonusmaterial haben wir verschiedene Featuredts. Die gehen auch immer so zwischen sechs und acht Minuten. Alleine die Featuredts hier mit dem Behind-the-Scenes-Material. Und dazwischen dann immer diesen ganzen Interviews vom Regisseur, aber auch vom Produzenten. Das ist sehr interessant zu hören, was die zur Produktion noch alles zu erzählen haben. Mir persönlich gefallen ja immer diese Behind-the-Scenes-Aufnahmen, wo man dann auch sieht, wie einiges gedreht wurde von den Special Effects her und auch von den Locations und von den Kamerabewegungen. Also da kriegt man hier noch einiges zu sehen. Außerdem hat man noch einige entfallene Szenen hier hinzugefügt oder erweiterte Szenen. Die sind auch unterschiedlich lang, von einer Minute bis drei Minuten. Und die letzte Szene, die geht sogar acht Minuten. Insgesamt hat man dann hier über 50 Minuten an Bonusmaterial und kann dann nochmal ein bisschen mehr in die Welt von A Quiet Place Day One eintauchen. Das Bild der 4K-Scheibe und auch der Blu-ray ist sehr gut. Wir haben eine Top-Schärfe, nicht nur in den Gesichtern, sondern auch an der Kleidung und auch bei den Tieren sind jede Menge Details, Härchen zu erkennen. Also das ist wunderbar. Und genau so, wie man sich das von einer neueren Produktion vorstellt. Die Farben sind kräftig hier, egal ob wir uns draußen bewegen oder später auch im Inneren. Und dann bei den Nachtszenen. Das sieht hervorragend aus. Wir haben eine schöne Wärme bei den Lichtern, dennoch auch in den dunklen Szenen. Hier alle Details zu erkennen, das ist wunderbar. Dann gibt es auch ein paar Regenszenen. Auch da kommen die Details richtig schön raus. Und dann kommt es eben zum Angriff der Aliens. Da wird alles in Schutt und Asche gelegt. Da herrschen dann die Grautöne, wie man hier ganz gut sehen kann. Aber auch hier einzelne Nuancen und Farbabstimmungen und alles. Das passt wunderbar. Insgesamt betrachtet fällt das Bild der 4K-Scheibe und der Blu-ray also sehr gut aus. Also meine lieben Filmfreunde, soviel einmal zur 4K Ultra HD und Blu-ray Steelbook Veröffentlichung von Paramount Pictures zu A Quiet Place Tag 1. Den Link zum Trailer und zum Steelbook findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das war's von meiner Seite aus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Auf bald meine lieben Filmfreunde. Und Servus!